So, willkommen zurück. Neben mir steht der Vitus Eicher vom TSV 1860 München und auch an dich, Vitus, die Frage nach deinen Top 3 Tipps für junge Spieler, die gern Profi werden möchten. Ja, von mir an Tipp 1 ist, denke ich, Spaß haben, weil ich glaube, ohne Freude an dem Spiel kann man auch nicht gut spielen. Tipp 2? Tipp 2 wäre von mir hart arbeiten, weil ich glaube, dass Talent allein nicht ausreicht und dass man immer dranbleiben sollte. Und deswegen, ja, hart arbeiten. Okay, Tipp Nummer 3? Tipp Nummer 3 habe ich, positiv bleiben, weil ich glaube, dass man sich von keinem Rückschlag aus der Bann werfen lassen darf und immer dranbleiben sollte und immer einen positiven Gedanken haben sollte. Okay, super. Danke, Vitus. Sehr gerne.